Hallo und Willkommen zu Kingdom Classic. Da ist in unserem Discord-Server abgestimmt worden, dass wir das mal daddeln sollen. Das machen wir, falls du auch mal mitentscheiden willst, was aus dem Kanal kommt. Join gerne im Discord. Der Link ist in der Videobeschreibung. Aber schau mal, eine einsame Königin trägt die Krone in ein neues Land. Dann bewegen wir uns mal. Alright. Sie schaut nach rechts. Also gehen wir mal nach links. Das will das Pferd nicht. Okay. Dann checken wir doch mal nach rechts aus. Ich habe das noch nicht Probe gespielt. Kingdom. Aber ich habe Gutes über das Spiel gehört. Sehr cool. Halte X gedrückt, um das Feuer zu entfachen. Äh, das hier. Ach, das hat mich ein Gold gekostet oder wie? Lass die Münzen fallen mit X, um zu rekrutieren. Ähm. Halte X gedrückt, um einen Bogen zu kaufen. Oh, halt. Kann ich das wieder aufsammeln? Ja, da brauchst du dann zwei Gold. Den Bogen schnappt sich einfach irgendjemand. Mhm. Ja gut. Und dann... Auch mal... ...n Hammer. Das heißt wohl, wir haben einen Bogenschützen und einen, der bauen kann. Nehme ich jetzt mal an. Ich habe keinen lassen Schimmer. Was ich interessant fand. Warum haben wir da gerade Geld gekriegt? Ach. Ah. Er sammelt das Geld ein. Kann es sein? Warum fliegt da was nach links? Weil wir da was machen sollen, oder? X gedrückt, um eine Mauer zu bauen. Ah, das, was wir auch links hätten machen können. Okay. Das ist also wirklich der Bau... ...der Baubube. Dann können wir hier auch eine Mauer basteln, nehme ich an. Und du gibst mir Geld, wenn ich einfach an dir vorbeigehe, oder? Ja. Ah. Nice. Ach, dann kannst du die Mauer hier auch noch weiter rauspacken. Oh, hey. Kann ich dich auch rekrutieren? Schnücke? Dich auch, ja? Ich habe von dem Spiel ein bisschen was gesehen. Und ich weiß, dass es nicht so gut ist, wenn es dunkel wird. Oh. Ah, warte. Ja, da wird der Baum markiert zum Abholzen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wie gesagt, das Spiel habe ich nie gedaddelt. Ach, da kannst du die Mauer wohl verstärken. Wir machen nochmal noch einen Bogen schützen. Die sind, nehme ich mal an, gut, um Wild zu jagen, aber auch um... Ach, hast du den umgeholzt? Ja. Okay. Das heißt, mit Bäumen verdoppeln wir unser Geld. Dann könnten wir doch eigentlich auch... ...sagen, hier... ...gedrückt halten. Ich finde es auch gut, dass du eine Königin hast. Ähm... Ich habe das Spiel jetzt ein paar Mal gestartet. Wir hatten als allererstes einen König. Scheiße. Die hätte ich jetzt auch nochmal rekrutieren können. Wenn wir das nötige Gold hätten... Oh, warte. Was? Nur eins? Ich habe ein Gold gezahlt und... Ach, halt. Nee. Ist, ist egal. Warte mal. Dann sagen wir, den bitte auch. Und... ...die werden bitteschön auch rekrutiert. Nice. Okay. Ähm... Ungünstig? Soll das so sein? Ja, das muss Story-Mächte sein. Keine Krone, keine Königin. Ach, warte. Ist doch... Zu Ende? Ah, ja. Gut, dass mir das Spiel nichts erklärt hat. Gut, dass das Spiel mir auch nicht sagt... ...wenn das so aussieht. Ähm... Ja. Hm. Hast du verkackt, ne? Also, auf ein neues. Oh, ich habe das... ...mich schon bewegt. Ah. Ich weiß nicht, wann die Viecher kommen. Aber... ...wir sollten uns die Krone nicht... ...klauen lassen. Warum? Okay. Das ist jetzt aber schon... ...deutlich heftiger zusammengebrochen. Kann ich schneller reiten? Wieso nicht? Ach, ab hier geht das dann noch einmal. Na gut. Ich weiß nicht, warum wir da teilweise schnell und teilweise echt nicht flott unterwegs sein können. Ähm, holst du dir den Hammer bitte schneller? Dann kann ich hier auch gleich mal... ...eine Mauer basteln. Wir müssen mal aufpassen, ob sich die Musik vielleicht verändert. Und dann eben darauf reagieren. Was ist das? Bau erweitere, verteidige. Plupp. Ah ja, da ist noch der... ...der zweite. Ich bin mir nicht sicher, wann die Viecher kommen. Ich glaube, die Viecher kommen in der Nacht, aber... ...die chillen mal ein bisschen am Feuer. Was hat er ins Wasser geschossen? Was ist denn mit dir los? Ja, danke. Ich würde kurz sagen, er gibt es doch nicht... ...dass der den Hasen nicht trifft. Na gut. Gehen wir nochmal ein bisschen Kohle aus für den weiteren Bogen, Dude. Also... Äh, was ist mit dir? Okay. Der gönnt sich das jetzt. Okay, was kannst du denn da bitte schön machen? Hm. Ich nehme mal an, dass wenn wir die Fackel rausholen, ist es gefährlich. Weil es dann logischerweise nicht mehr ganz so hell draußen ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Es wäre schon gut, wenn wir hier so ein bisschen... ...Geld vor euch kriegen würden. Bedeutet dieses Horn? Nein, das ist einfach nur Musik. Das ist einfach nur Musik. Okay. Mit Fackel... ...nehme ich mal an, sollten wir nicht nach draußen. Ich hoffe einfach mal, dass unsere Dudes auch so schlau sind. Und, ähm... ...hier wieder reinkommen. Aber du könntest doch auf die Häschen schießen. Hallo? Verdien Geld für uns. Wie soll ich denn hier weitermachen, wenn ich keine Kohle kriege? Ich kann nichts bauen. Aber was den Artstyle angeht, finde ich das schon nice. Triffst du das vielleicht mal? Könnt ihr da vielleicht noch einem anderen Bogenschütze helfen? What the hell? Oder war der da drüben vielleicht auch beschäftigt mit einem... ...Äh, Angriff? Schieß auf die Häschen! Danke. Endlich. Okay, der repariert mir die... Hast du da gerade... Der hat da gerade hinten reingeschossen, ne? Der hat da gerade hinten reingeschossen. Ich packe es nicht. Ich werde mal... ...gucken, dass wir hier... ...Bäume zum Fell markieren. Einfach weil uns das dann auch wieder Geld bringt. Und währenddessen gucken wir mal, ob du... Ja, du hast zumindest hier ein bisschen Kohle gemacht. Nicht nur ein bisschen! Ja, moin! Ähm... ...ich sag mal... ...wir packen... ...hier drei Münzen rein. Da wird irgendwas gebastelt. Uh! Okay, wie auch immer das zustande gekommen ist... ...oh, man kann auch das Lagerfeuer aufwerten. Ähm... Machen wir mal noch einen zweiten Beel da. Was passiert hier? Okay. Keine Ahnung, was das macht! Ach! Das ist dann so ein... ...so ein, ähm... ...Turm. Sehr interessant. Okay. Schön, dass du denen da gefällt hast. Gib mal bitte das Geld dafür. Dann markiere ich dir gleich noch ein paar mehr Bäume. Wieso machst du den in der Mitte zuerst? Ja gut, soll mir egal sein. Ach, das hat nur... Ne, das hat zwei gebracht. Okay. Ähm... Was ist mit dir? Ach, da müsste ich vier zahlen. Ja, ich glaube, das mache ich gleich mal, wenn ich da wieder zurück latsche. Bitte sei noch da. Oh, er verschwindet! Ne, ne, komm her. Ähm... Okay. Gehst du jetzt in mein... ...nennen wir es mal in meine Siedlung? In mein Königreich? Es wird auf jeden Fall dunkel. Wir gehen mal wieder. Äh, ihr solltet vielleicht auch hier nicht draußen rumlungern. Das wäre, glaube ich, ganz... ...ganz schnieke, wenn ihr das nicht machen würdet. So, hast du vielleicht Haysian erschossen? Während ich... Weg machen? Nein. Okay. Ja, du hast noch gar keinen Job. Ähm... Wie wäre es mit dir? Hast du Geld für mich? Ja, zwei. Na gut, dann würde ich fast sagen, ich bastel hier noch einen Bogen. Hier für dich. Und dann gucken wir mal. Es ist wieder Nacht. Schön, die pixelige Reflexion im Wasser gefällt mir. Ja, lauf. Lauft schneller. Hier seid ihr... Naja, halbwegs in Sicherheit. Halbwegs. Okay. Müssen wir mal gucken, was wir mit dem Händler anstellen können, wenn der vielleicht mal an seinem Platz ist. Geld haben wir zumindest keines. Wofür ist... ...das hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Das Spiel erklärt dir ja gar... Oh. Okay. Der hat da vier Hämmer hingepackt. Machst du dann da auch... Ach, warte. Kann das sein, dass du dann jedes Mal mehr rausbekommst? Packst du da auch vier Bögen hin? Nee. Schade. Schade. Das wäre schon... Ja, doch. Wäre schon nice gewesen. Wäre schon nice gewesen. Hier tieren wir mal nach rechts raus. Markieren vielleicht ein paar Bäume. Ich werde hier auf jeden Fall noch nichts in Steine oder sowas stecken. Aber da kannst du hier schon mal... Geld raushauen. Dann... Dann... Ja, das Problem ist... Die zwei sind dann einfach... Oh, scheiße. Es ist dunkel... Nee, es ist im Wald einfach dunkel, oder? Sag mal bitte, dass es nicht Nacht ist. Wir sind doch gerade erst gestartet am Tag. Da kannst du auch Geld reinstecken? Okay. Ich glaube, solange man nicht schnell reitet, ist es nicht Nacht. Okay. Das war das Tor, wo die Viecher herkommen. Okay. Ich gehe zurück. Ich kann hier nicht mehr sonderlich viel machen. Scheiße, es ist aktiv. Reitest du vielleicht schneller? What the hell? Solange man Geld hat, ja, aber... Wieso reitet die denn nicht schneller? Das Pferd konnte doch schneller reiten. Sag mal, was ist denn mit der nicht richtig? Keine Krone, keine... Keine Kekse. Ja. What the hell? What the fuck? Viele versagen. Diese Königin wird es besser machen. Halte X gedrückt, um zu überspringen. Ähm, okay. Ach. Zweimal... Zweimal drücken, ich packe es nicht. Ja, gut. Das erklärt halt schon so ein bisschen, ne? Es wird einem aber auch nicht erklärt. Es wird einem nicht erklärt. Das ist so ein bisschen... Bisschen Banane. Mit Banane meine ich natürlich Scheiße. Und kann ich da sagen, äh, bricht das ab hier? Ne. Dann bauen wir hier einfach schon mal eine weitere Mauer. Ich hab nur Geld für einen von euch. Sorry. Ich hab doch Geld für beide hier. Nur hab ich keine Jobs für euch. Ja, und irgendwann hat das Pferd dann... Keine Ausnahme mehr. Okay. Jetzt wissen wir wenigstens, wie man schnell läuft. Danke für ein nichts erklären Spiel. Kann man hier vielleicht sagen... Optionen? Ne. Warte mal. Zoom siebenfach? Okay. Dann lassen wir das so. Woher soll man's wissen, ne? Woher soll man's wissen? Äh, wir verziehen uns mal. Ich hab da ein bisschen Schiss. Außerdem kriegst du da vorne sowieso nicht so viel Geld zusammen jetzt. Gib mir das. Danke. Dann können wir hier zumindest schon mal den nächsten, äh, Bogendödel bezahlen. Schnieke. Schniekerino. Dann kann der doch hier bestimmt, äh, auf Häschenjagd gehen. Es ist ja noch, es ist ja noch gut Tag. Das hab ich, äh, vorhin auch gedacht, dass das okay ist, aber hey. Was gibt's denn in der Richtung? Ach. Da ist einfach nur noch das Kingdom-Schildchen. Mhm. Ich reit mal lieber zurück. Ich reit mal lieber zurück. Dankeschön. Ach, da ist sogar das nächste Häschen gleich dran. Ähm. Läufst du vielleicht schneller zu den Bögen? Möchtest du arbeiten? Oder, oder was ist mit dir los? Ach. Ich hab... Ich hab ihn noch nicht rekrutiert. Oh. Dann machen wir das doch gleich mal. Äh, hier. Haha, ich dachte schon, warum nimmt der sich keinen Bogen? Okay, der geht nach links. Das heißt dann wohl, dass von links Monster kommen. Das checken wir aus. Wir chillen einfach mal hier. Hm. Aber auch interessant. Die Viecher gehen dir erst an den Geldbeutel. Nice. Treffer. Schade, dass der kein Gold fallen lässt. Schade, dass der kein Gold fallen lässt. Hast du noch Kohle für uns? Nein. Shit. Ah, da ist Kohle. All right. Dann sagen wir mal. Hier. Einmal Baum fällen. Sollte man vielleicht auch... Ach. Das geht noch nicht, weil... Jetzt haben wir erst anderes Zeug gemacht werden muss. Ich glaube, ich werde auch mal... Ich kann hier auch noch nicht rausbauen. Okay. Vielleicht müssen wir erst unsere... Base verbessern. Dafür brauche ich aber ein Geld mehr. Komm. Machen wir noch einen Bogen hier dazu. Wahrscheinlich muss erst der andere Baum weg. Oder das Camp, das hier vorher noch gewesen ist. Das kann natürlich auch sein. Ihr könntet vielleicht mal mehr Hasen jagen. Das Problem ist, es sind keine Hasen in der Nähe. Ja. Vielleicht aber dann die Hirsche. Ob die vielleicht extra Geld geben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir werden auch das nächste Mal hier ein bisschen investieren. Passiv einkommen. Habt ihr ja Kohle für mich? Natürlich nicht. Wir werden wohl auch schlecht einfach so Kohle unterwegs finden. Wie viele Bogenschütze haben wir denn denn das eigentlich? Drei. Vier hier drüben. Fünf Bogenschützen. Und einen Arbeiter. Vielleicht sollten wir auch mehr Arbeiter einstellen. Alter. Kannst du mir vielleicht zwei Gold da raushämmern? Scheinbar nicht. Man muss sich nur beschweren. Okay. Wenn du das hier gemacht hast. Okay. Wir haben jetzt schon drei. Ich glaube, dann reite ich mal. Und werde unser Basislager. Und unser... Unser... Wieso ist da gerade hier Zeug aufgeploppt? Na, was soll's? Ich mach das Kämpfeuer ein bisschen größer. Dann müsste da dann eigentlich... Am Anfang vom Tag passivinkommen... Passiveinkommen. So heißt es auf Deutsch. Passiveinkommen verfügbar sein. Okay. Der Bauheini sollte uns eigentlich noch Kohle geben. Schießt auf den Hasen, wenn schon meiner da ist. Mein Heiser. Huff. Okay. Ähm. Ach, den Hammer holen wir uns dann wahrscheinlich einfach, wenn... Wenn hier alles sicher ist. Okay. Schwein gehabt. Schwein gehabt. Aber gut zu wissen, dass man die vielleicht auch nicht so weit rausschicken sollte. So. Spont eine Truhe für mehr Kohle. Hm. Das wär schon mal schnieke. Dann investieren wir dann auch gleich nochmal hier rein. Es kommt... Doch. Kommt ne Kiste. Zack. Einfach ne Palisade erschienen. Habt ihr was getötet? Habt ihr was getötet? Danke für nichts. Kann ich hier abholzen lassen? Ja. Mal gucken, ob die rechts den Hasen umgeklatscht haben. Na? Wow. Zwei. Danke. Und du? Schneeke. Okay. Es geht ein klitzeklein bisschen aufwärts. Ich werde hier noch ein paar Bäume zum Abholzen markieren. Solange es relativ früh am Tag ist. Der bringt mir dann das ganze Geld, was er verdient hat. Oder lässt es halt auch direkt liegen, wenn ich in der Nähe bin. Okay. Ja, es ist schon deutlich besser, wenn du schnell reiten kannst. Wer hätte es gedacht? Haben wir genug dafür? Nee, ne? Okay, das fällt dann doch einfach wieder runter. Das dachte ich schon, warum schießt ihr auf mich? Hm, okay. Jetzt haben wir genug für das nächste Upgrade von der City. Oh. Kleiner Mini-Palast, ja? Oder eine Kirche. Wie man es nimmt! Auf jeden Fall steht endlich mal ein richtiges Gebäude hier rum. Ich glaube, ich werde hier gleich mal... Scheiße, ich kann keinen Hammer bezahlen. Wir sind zu arm. Was ist denn hier? Links und rechts. Was? Ich habe keinen blassen Schimmer, was das ist. Das ist immer praktisch, ne? Ich würde sagen, ist ja gerade Gras gewachsen. Danke. Nochmal danke. Aber hier ist nicht sowas aufgetaucht. Mit, äh... Pfeil nach links, Pfeil nach rechts. Ach, warte! Hier ist was Neues. Das ist eine Sense. Ähm... Wahrscheinlich ein Farmer. Oh! Bloß nicht raus. Nein! Ja, damit kann ich... Kann ich dich wieder rekrutieren, ja? Nee. Es braucht halt wieder was Neues, ne? Hier. Nimmst du den Hammer, Minion? Ähm... Scheiße. Wir sind zu arm, weil wir den Hammer kaufen mussten. Ich packe es nicht. I don't pack it! Warte. Wir sollten hier gleich ein Geld bekommen, wenn der Tag anbricht. Oh, mal gucken, wie viel. Ja, das kann sich doch eigentlich sehen lassen. So, was macht das denn jetzt? Das wird dann von unserem Dulli gebaut, oder? Ja. Das gucke ich mir jetzt an, weil ich wissen will, was das wird. Ein Katapult? Das von ihm auch bedient wird, oder? Wird das ins Lager geschoben? Nein. Oh, scheiße. Das heißt, wir sollten vielleicht hier eine Wand hinstellen. Okay, also... Ah! Das heißt, du kannst einen Katapult links hinstellen, eins rechts. Aber scheinbar wird das von unserem Bauherrn bedient. Was vielleicht auch schlecht ist, wenn ich hier eine neue Wand haben will. So, lässt du das jetzt in Ruhe und baust hier? Ja, okay. Das heißt, vielleicht sollten wir... ...gucken, dass wir demnächst neue Leute rekrutieren und die auch zu Baudödeln machen. Ich habe keine schlechte Idee. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Untertitelung des ZDF, 2020